Herdach geht's ihr Heim und habt's in euch erfreit, ihr bedankt euch beim Aussehen gehen. Sagt, wir kämen wieder, ja, das war schön. Ja, treffen wir uns heute einfach mal wieder an einer Tankstelle fürs Leben. Weil jeder kann schließlich jedem einen vollen Tank geben. Und dann kann man ja auch noch was auf Reserve mitnehmen, dann wird ja jeder wieder weit kommen. Danke.